Hallihallo hallöle liebe YouTube Gemeinde 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 Und natürlich, nicht zu vergessen, liebe Wittmi Gemeinde Hallihallo hallöle liebe YouTube Gemeinde Und liebe Wittmi Gemeinde Hallihallo hallöle liebe YouTube Gemeinde Und liebe Wittmi Gemeinde Hallihallo hallöle liebe YouTube Gemeinde Hier ist die Saar aus Dessau mal wieder für euch und ich muss euch ganz doll Danke sagen für 100 Abonnenten. Jetzt seht ihr ein Best-Up von die Saar aus Dessau und danach exklusiv für euch die verpatzten Szenen, inklusive auch unveröffentlichtes Material. Dessau 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 Und ich... Heute zeige ich euch mal meine Wohnung. Achso machen wir ein... wie der Emissionshandel. Und da hat jemand ein Video gestorben. Gut, das war die Saar mit dem Special Unterwegs in Dessau 9. Rathauscenter. Dann war es das auch schon wieder von mir. Vom Unterwegs in Dessau... Scheiße. Jetzt weiß ich die eigene Zahl nicht. Ich glaube es ist die 12 oder die 13. Eins davon. Könnt ihr euch aussuchen. Jetzt will ich mich immer noch nicht in Ordnung lassen. Ich soll das vielleicht mal... Ja, stopp, Pause! Wieso ist das? Okay. Kriegst du schon? Ey, kakau, ey, kakau! Was ist das? Verpasst bloß nicht dein Endstick. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch hier. Und ja, heute bin ich der Host dieser Sendung. Und ich begrüße unseren Guest Sandra. Wolle mal? So, kommt's besser. Sandra nimmt wieder ihre... Also mit der Mario Decke habe ich mich schon total angefreundet. Die ist echt total weich und total toll. Das wollte ich ja nur nochmal gesagt. Nein, 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 nein... Nein, 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 nein. Kannst du jetzt bitte ernst bleiben? was ist dein chinesisches wenn du so viel quatscht man was was ist dein chinesisches oh das ist auf youtube cut oh meinst du bist gerade Hallo ich war Hallo auf die Frühlingsfest, da merkte ich es schon ich glaube ich brauche zu viel Grock oh ja das hört man deswegen muss ich erst jetzt nicht schlürfen schlürfen was ahhhh vor allem Menschen ahhhh warum denn ahhhh 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 und ich mache mal was für, ähm, für jemanden. Entschuldigung. Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde und liebe Widmi-Gemeinde und es wird schon wieder übelst dunkel. Warum wirst du so dunkel? Gucke ich mir auch immer mal so eine Szene an, was der Neger für eine, oder Neger an? Neger, Entschuldigung, nicht Neger. Ups. Ich hoffe, das hat euch etwas gefallen und da kann ich nur noch sagen, auf weitere 100 Abonnenten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich kann nur noch mal sagen, danke für 100 Abonnenten. Es sind sogar 105. In der Endcut seht ihr ein Video, was euch vielleicht gefallen könnte oder auch den Button, auf den ihr mich abonnieren könnt. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.